Ja, Lake Superior, Showdown, P-Tappen, dann nehmen wir ein Auto, dann lädt es. Bei Rallye Haas, bei Rallye Haas, Rallye Rallye Haas. Rallye Haas, Rallye Haas, Rallye Haas. Rallye Haas, Rallye Haas, Rallye Haas, Rallye Haas. Rallye Haas, Rallye Haas, Rallye Haas. es gibt ja super flach du kannst das rennvideo auf youtube hochladen marie kein problem die du 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 Offshore time offene kehre rechts mittell l這樣 leicht links schneiden Kuppelsprung, mittellinks in mittelrechts Mittellinks in mittelrechts Kuppelsprung in mittellinks über enge Brücke 40 scharf links schneiden 40, mittelrechts sehr lang in den Haken Leicht links schneiden in leicht rechts Leicht links sehr lang Überkuppe, mittelrechts schneiden eben Leicht links lang Mittelrechts, leicht links schneiden In mittelrechts In offene Kehre rechts 60 durch Gebäude Wenn wir eben aufs Start Müsst du es mal zählen Also die Strecke liegt weit Det ist jetzt nicht immer gut Ja, es ist nicht nur ein Dat ist nicht nur ein Das ist nicht nur ein Ich habe hier Also man ist es nicht nur ein Ich habe mal einen Zahn kaputt gemacht. Da ist eigentlich vorne, aber steinlich. Ich kann den Helfer mal sagen, dass es ein Baumblock ist. Sonst erlege ich das auch wieder richtig. Neun Sekunden zurück. Oh, was ist denn los jetzt? Megaschlecht. Das ist zwölf Sekunden. Das kommt aber auch nicht mehr ran. Mittellinks innen halten. Leicht rechts innen halten. Leicht links lang. Leicht rechts. In Kuppelsprung bis Ziel. Siebter. Aber hier ist noch jemand schlechter. Zwei da. Zwei da. Oh, oh. 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 die rückwärts die rückwärts die rückwärts die rückwärts Macht zu. Scharf links. Rechts halten über Kuppe. Leicht links. Kuppe voll 80. Mittellinks in mittelrechts. In mittel links. Mittel rechts. In offene Kehre links. Mittel rechts. In leicht links. Sprung. Senke. Leicht rechts in scharf rechts. 40. Links halten über Kuppe. Aufschotter. Mittel rechts in mittel links. Mittel rechts. In Kuppe. Sprung. Mittel links. Auf Asphalt. Scharf rechts. 40. Leicht rechts in. Leicht links. Aufschotter. Macht zu. In mittel links. Plus 8. Schotter. Leicht rechts. In mittel rechts. Leicht links schneiden. 80. Mittellinks lang. Mittel rechts in leicht links. Auf Asphalt. 40. Mittel rechts. Kuppe. Sprung. In leicht links. Leicht rechts. In mittel links. Durch Tor. In leicht links. Aufschotter. Rechts halten. In mittel links. Mittel rechts. Macht spät zu. Über Kuppe. Mittel links. Lang. Bergab. In. Leicht rechts. In leicht links. Lang. Mittel rechts. Durch Tor. In. Leicht links. Überkreuzung. Aufschotter. Das war doch mal noch eine Etappe. Super fast. Wahnsinn. Jetzt stehen wir so kurz vor der Superspie. die Safari Splendor. Oh. Wieder sowas langes. einmal hin, dann irgendwas komisches und dann wieder zurück. 8,6 Kilo. Es blühen mich hier schon wieder so, so klechtern. Boah, gut, dass da nur ein Leibkling fässt. Oh ja, die wirklich sind alles selbe. Oh ja. 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 Oh, wenn ich einfach schon auf dem Gas stehe. Richtig, richtig lang. Ach komm. Ach, ist das so lächerlich. Ja, als Kind hätte es mir einfach Spaß gemacht, überall rumzufahren. Aber das ist jetzt gar nicht mehr möglich. Voll scheiß. Ja, komm, fahren wir auch noch mal auf die andere Seite und lass uns selbst setzen. Scheine ersetzt sein. Ja, da, 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 da. Da-da-da-da-da Kurze Zwischen-Etappe Kurze Zwischen Kurven-Detail wahrscheinlich Ach, hier würde ich eben zurückgesetzt Und... Hab ich nicht gerechnet Wenn ein automatischer Naturstopper ist Geil! Da müsste auch die erste Strecke zurück sein, oder? Gleich lang Gleich warm Andere Uhrzeit Jetzt kommt das Tor Geht doch eine andere Strecke Jetzt kommt das Tor Ah, vielleicht doch gleich Jetzt kommt da noch ein Hier läuft das Tor Wow, man ist da wohl zwei kamer auf stattige Straße So, die mit 5 Meter bei uns. Cool. Wer ist denn da gekommen? Plus 2 Nice Sekunden. So, die mit 5 Meter bei uns. So, die mit 5 Meter bei uns. So, die mit 5 Meter bei uns. Steuerung. Fiskblende F1. Wie geht das? Hä? Achso, F2. Ui, ich hoffe ich hänge da noch nicht lange... Oh nein, ich hänge da schon so lange drin. Ahaha, gut. H-Wagen zurücksetzen. Ah, schön. Okay, erster. Immer noch 13 von vor. Insgesamt aber nur 16. Was? Enter, enter, enter. Da ist für Nummer 3. Hey Süße, DC hat ein neues Event für dich. Da will jemand Prügel beziehen. Bist du bereit? Okay, machen wir das. Jetzt zeig allen, dass du nicht nur schnell... ... 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 das ist so oft so schlecht halbwegs noch mal danach ja, da war richtig scheiße so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, und das Bild hat sich gewandelt. Links steht jetzt 8 von 8 und rechts steht 1 von 8. Das war am Anfang anders. Der Wahnsinn. So, 5 Wunder noch. Und es da showdown. Ah, die lange runden einmal rückwärts. Warte ich nicht, glaube ich. Ich muss ja schon mal den verbessert zu überleben. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020